Yo Leute, es sind hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto Video und damit geht's rein in meine super Review von dem neuesten Kapitel. Es ist wieder soweit, wir sprechen über den Boruto Manga, ein neues Chapter ist am Start, wir haben vor ein paar Tagen den Spoiler Talk gemacht, das war auf jeden Fall sehr sehr krass. Letzten Monat mit Naruto und Hinatas Verschwinden durch Kawakis Handeln, das war sehr brachial, sehr sehr krass und diesen Monat geht's direkt weiter. Wir haben hier jetzt tatsächlich ein Geschehen, worauf sich die Community jahrelang vorbereiten konnte und jetzt ist dieser Moment endlich gekommen. Wir schauen uns das Ganze im Detail an, dementsprechend lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den massiven Support, würde ich mich sehr drüber freuen. Und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Boruto oder Naruto verpassen wollt in der Zukunft, das wäre auch babamäßig. An der Stelle gehen wir rein ins Kapitel und rein in die nabige Review. Ich mach das relativ selten, aber kommen wir diesmal auf das Cover von dem Kapitel zu sprechen. Naruto wieder als Solo-Cover in diesem Kapitel und ich fand von der Farbgebung her war das diesmal etwas Besonderes. So mit dem Hokage-Mantel hier ein bisschen in blau das Ganze gehalten, jetzt wo Naruto sowieso erstmal nicht mehr im Manga vorkommen wird, fand ich auf jeden Fall cool. Hat mir als Cover gut gefallen und wollte ich kurz drauf eingehen. Das Kapitel beginnt mit dem schockierten Shikamaru, der bemerkt hat, dass Narutos Chakra verschwunden ist. Hinatas Chakra ist ebenfalls nicht mehr da. Das wird dann durch das Chakrasystem von den Leuten dort eben bestätigt und Shikamaru hinterfragt, ob es die Machenschaften von Code gewesen sein könnten. Himawari kommt dann zu Hause an und muss mit ansehen, wie andere Shinobi bereits das Haus der Uzumaki durchsuchen. Der kaputte Bilderrahmen am Boden wird ebenfalls gezeigt. Himawari scheint verängstigt zu sein und die Situation nicht wirklich zu verstehen und die kann einem in dem Moment einfach nur leid tun. Mehr bekommen wir zu Himawari erstmal nicht zu sehen. Das wird wirklich interessant werden, wie sie das Ganze aufnehmen wird, was das aus ihr machen wird, was sie daraus mitnehmen kann, wie sie sich entwickelt. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Gerade im Hinblick auf das letzte Kapitel, wo wir schon so einen kleinen Tease auf ihre baldige Kraft bekommen haben. Das kann wirklich sehr krass werden. Also da kann gefühlt alles bei rumkommen. Müssen wir einfach abwarten. Shikamaru fragt dann Ada, ob sie etwas genaueres gesehen hat und sie bestätigt allen Anwesenden, dass Kawaki für das Verschwinden von Naruto und Hinata verantwortlich war. Das heißt, Boruto, Sarada, Sumire, Shikamaru, die bekommen das direkt alle mit, dass Kawaki hierfür verantwortlich war. Ada kann mit ihrem Senrigan Kawaki aber nicht genau orten. Er ist quasi so klein, dass er für sie unsichtbar ist. Dementsprechend kann sie nicht wirklich sagen, wo er genau steckt. Boruto rennt dann davon, um sich Kawaki alleine zu schnappen, weil der total durchdreht. Ada schaut sich das Gespräch dann von Naruto und Kawaki aus dem letzten Kapitel erneut an und bestätigt Sarada und Sumire, dass Kawaki wahrscheinlich wieder darauf aus ist, Boruto zu töten, was Sarada verunsichert, weil sie natürlich nicht wusste, dass Kawaki schon mal versuchte, Boruto zu töten im letzten Kampf gegen Code. Das wusste sie ja gar nicht. Mitsuki wusste das auch nicht. Sumire hatte das aber im Gespräch mit Kawaki vorher schon herausgefunden, ihr aber nichts gesagt. Shikamaru erklärt ihr dann die Situation, dass Boruto im Klaren darüber war, also das Ganze im Einverständnis absolviert wurde und Kawaki darum bat, schlussendlich ihn zu töten und gleichzeitig Momoshikis Existenz auszulöschen, was wahrscheinlich jetzt wieder Kawakis Ansporn sein wird, das nochmal durchzuziehen, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Sarada rennt ebenfalls los und meint, sie hätte anders gehandelt, wenn sie von all dem gewusst hätte. Sumire und Shikamaru wollen sie aufhalten, aber scheitern letztendlich. Also Sarada rennt ebenfalls Boruto hinterher. Boruto erreicht dann die Hokage-Wand und wird von einem Portal umschlossen, doch er absorbiert es rechtzeitig mit seinem Karma mal und er trifft auf Kawaki. Kawaki ist dann zu sehen und meint, er hätte Boruto bereits erwartet. Die beiden sind genauso wie in der Timeskip-Sequenz etwas weiter voneinander entfernt, am gleichen Ort eben. Bei der Hokage-Wand finde ich als Referenz, als Anlehnung auf jeden Fall sehr, sehr big. Kawaki nutzt dann das Daikokuten und greift mit den Würfeln Boruto an. Er bestätigt ebenfalls, dass Naruto in der zeitlosen Dimension des Daikokuten gefangen ist. Sie sind also sicher und werden weder älter werden noch verhungern. Also genauso, wie wir das beim letzten Mal richtig schon geahnt haben oder predicted haben. Das Ganze damals im Ishiki-Fight und Kashinko-Fight hat sich nämlich nur auf das Schrumpfen bezogen, dass man nur leblose Objekte schrumpfen kann. Also andere Menschen kann man nicht schrumpfen, außer der Träger selber. Der kann sich halt eben schrumpfen, aber Menschen oder so kann man nicht schrumpfen. Für die Dimension galt das also nicht, dass man Lebewesen sozusagen dort drin lagern kann. Vielleicht bleibt es nicht bei Naruto und Hinata, vielleicht werden da in Zukunft noch mehr Charaktere mit reinkommen. Müssen wir mal abwarten. Aber wir haben ja jetzt hier das Gegenteil gesehen. Also in dieser Daikokuten-Dimension können auch Lebewesen gelagert werden. Kawaki sagt also, dass denen nichts passieren wird. Allerdings wird Boruto seine Eltern niemals wiedersehen, da er ihn jetzt töten wird. Boruto versucht herauszufinden, weshalb Kawaki sich so verhält und geht in diesem Kampf nicht aggressiv rein, sondern eher defensiv würde ich sagen. Kawaki meint dann, es sei Grund genug, Boruto zu töten, weil er eben ein Otsutsuki ist und dementsprechend geht er all out. Boruto aktiviert dann sein Karma mal und muss dann schlussendlich doch ernst machen. Wir sehen dann Sai und Amado, wie sie die aktuelle Lage besprechen. Amado meint dann, dass durch das Sukuna-Hikona könnte man Kawaki nicht so leicht aufspüren. Das ist natürlich klar. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass Kawaki dadurch mehr in seine Madness gepusht wird. Also wirkt zumindest so. Das hatte ich mir schon in den letzten Kapiteln generell gedacht und wir haben es auch mal angesprochen, dass immer wenn dieses Sukuna-Hikona kommt, scheint das so, als würde Kawaki in seine Madness verfallen und keinen klaren Blick mehr kriegen können. Also dass er wirklich so krass von seinen Idealen gefestigt ist, dass er sie so manifestiert hat, dass er davon nicht mehr abzubringen ist, sobald dieses Sukuna-Hikona aktiviert ist. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber aus meiner Sicht empfinde ich das schon stark so. Da wird er wahrscheinlich durch die Otsutsuki-Wirkung von dem göttlichen Shin-Yu zu oder vor dem Auge, weil das ja alles seinen Ursprung aus dem Otsutsuki-Clan hat, wird er wahrscheinlich davon einfach getrieben, ohne dass er das selber grundlegend merkt. Boruto nutzt wieder sein Blitzversteck gegen Kawaki, so wie in der Episode gestern im Anime, aber Kawaki weicht mit seinem Sukuna-Hikona aus und kickt Boruto zur Seite. Sarada erscheint dann und unterbricht den Kampf der beiden erstmal und wir sehen, wie sie versucht, Kawaki wieder zu überzeugen, beziehungsweise sie hinterfragt ihn jetzt als nächstes. Kawaki meint dann, dass er sie auch töten wird, sobald sie ihm in die Quere komme. Boruto ruft ihr zu, dass sie abhauen soll, doch sie hört nicht auf ihn und spricht mit Kawaki von Angesicht zu Angesicht. Kawaki meint dann, dass das typisch für Ninjas wäre, dass sie so schnell sterben wollen und greift Sarada so schnell an, dass sie sich nicht wehren kann. Doch Boruto geht dazwischen, rettet Sarada und wird dabei, anstatt sie eben, am Auge verletzt. Kawaki fügt also hier in dem Kapitel Boruto endlich die Narbe am Auge zu und somit haben wir jetzt das Szenario, worauf wir lange hingearbeitet haben, worauf wir lange warten konnten. Boruto besteht weiterhin darauf, dass Sarada wegrennt, aber sie ist vielmehr um ihn besorgt und weicht nicht von seiner Seite. Finde ich an der Stelle gut, dass sie endlich mal zur Sache kommt, dass sie endlich mal was macht. Man kann es sie aber auch nicht verübeln. Kräftetechnisch kann sie mit den beiden nicht mithalten, also kann man da nicht irgendwie was anderes erwarten. Auf der anderen Seite muss man ebenfalls hinzufügen, dass sie, wenn sie ein anderes Wissen gehabt hätte über diese Situation, hätte sie wahrscheinlich schon vorher etwas gemacht, wie sie selber in diesem Kapitel hier vorher mit Sumire anspricht. Von daher finde ich gut, wie Sarada hier in der Situation eingebracht wurde. Ich finde es gut, wie das so ein bisschen zerspringt, dieses ganze Team-7-Gefühl, auch wenn Kawaki sich natürlich sehr getrieben durch sein Sukuna-Hikona, durch diese Otsutsuki-Kräfte leiten lässt sozusagen und einfach seine ideale push. Das ist nicht mehr normal. Bevor Kawaki aber irgendwas noch machen kann, erscheinen jetzt plötzlich Shikamaru und Mitsuki und leider auch Konohamaru, aber den wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen, bin ich ehrlich. Shikamaru hält Kawaki mit seinen Schattenfesseln fest und Mitsuki packt sich Kawakis Karma-Arm, sodass dieser gar nichts mehr machen kann. Also er kann weder die Schattenfesseln von Shikamaru dann absorbieren, weil Mitsuki den Arm festhält und die anderen Jutsus kann er ebenfalls nicht einsetzen durch das Schattenfessel Jutsu von Shikamaru. Mitsuki meint dann auch, er wird Kawaki aufhalten, selbst wenn er dabei sterben würde. Ich hoffe, dass das kein Foreshadowing ist, weil einen Mitsuki-Tod würde ich gar nicht fühlen. Habe ich die letzten Chapter-Reviews immer angesprochen, seit wir die Vision gesehen haben, dass Mitsuki so irrelevant im Manga ist, dass wenn er jetzt sterben würde, würde ich hart verschwendet finden. Deswegen hoffe ich, dass er nicht. Sasuke erscheint nun ebenfalls nach keine Ahnung wie vielen Kapiteln und beendet den Kampf. Er hält Kawaki das Schwert an den Hals und droht ihn zu töten, sollte er sich weiter wehren. Auf jeden Fall ein absolut babermäßiger Moment von Sasuke an der Stelle, fand ich sehr, sehr nice. Konohamaru versucht dann, Boruto hochzuheben und Shikamaru fragt Kawaki, was das Ganze soll, wieso er sich so verhält. Kawaki meint, er sei das Einzige, um Konoha und Naruto zu retten und er würde nur zum Wohle des Hokage handeln. Er brauche Shikamarus Zustimmung dafür nicht und Shikamaru erkennt, dass Kawaki nicht mehr zu retten sei. Borutos rechtes Auge öffnet sich dann hier langsam und enthüllt das Byakugan von Momoshiki, was dementsprechend natürlich auch verdeutlichen soll, dass dieser nun wieder die Kontrolle über Borutos Körper erlangen konnte. Er richtet seine Hand auf Shikamarus Schatten und tatsächlich hilft der Kawaki jetzt hier. Er absorbiert den Schatten, damit Kawaki abhauen kann. Kawaki entkommt dann mit dem Sukuna Hikona und entfernt sich auf den Hokage Kopf von Naruto. Auch nette Anlehnung auf jeden Fall, außerhalb der Gefahrenzone der anderen. Momoshiki verhilft Kawaki zur Flucht dementsprechend und meint, er solle fliehen, wenn er ihn besiegen wollen würde. Doch warum er ihm genau hilft, verrät Momoshiki nicht wirklich. Mitsuki versucht Kawaki zu schnappen, aber Kawaki entkommt dann. Shikamaru meint, dass es nicht so schwierig sein wird, Kawaki zu schnappen, dass seine Chakra-Reserven bald ausgehen sollten. Er wird sich also nicht ewig schrumpfen können, dementsprechend werden die Shinobi ihn finden. Den Yonen wird befohlen, Kawaki hinterher zu rennen und diesen zu schnappen. Boruto erwacht dann und hat dann wieder die Kontrolle. Also das war hier anscheinend nur wirklich ein ganz kurzer Moment, wo Momoshiki wieder die Kontrolle an sich reißen konnte in dem Moment. Die beiden haben dann ein inneres Gespräch, in dem Momoshiki Boruto daran erinnert, dass er nun alles verlieren wird. Sein Schicksal kann er nicht mehr ändern, es hat bereits begonnen. Das Ende ist gestartet und jetzt, wo er sein blaues Auge verloren hat, geht's komplette Kanne los. Erstmal muss man natürlich an der Stelle wieder sagen, was für ein aufregendes, spannendes Kapitel. Wieder Back-to-Back. Letztes Mal mit Naruto, Hinata, Kawaki. Jetzt hier mit der Nabe, mit Sarada, mit Sasuke, Shikamaru, Mitsuki, die alle reinkommen und Kawaki aufhalten. Sehr, sehr nice. Also ich glaube, die nächsten Monate werden absolut wild werden. Wir kennen ja schon die Vision. Wir wissen, dass Team 10 noch reinkommt. Wir wissen, dass Kawaki verfolgt wird. Wir wissen aus der Vision auch, dass Kawaki noch einem anderen eine Wunde zufügen wird, die nicht diese hier widerspiegelt, die wir in dem Kapitel gesehen haben, weil er zu der Zeit der Vision noch das Horn entwickelt hat. Was aber ein bisschen widersprüchlich zu dem ist, was Shikamaru meinte, weil der ja sagte, dass er so ein bisschen an seine Reserven gehen würde, dass er nicht mehr so viel Chakra hätte. Weswegen ich mich dann frage, okay, wieso kann er dann trotzdem in diesen entwickelteren Karma-Otsuzuki-Modus gehen? Bin ich mal gespannt. Aber zeitlich gesehen wird das wohl auch am Abend stattfinden, weil man in der Vision gesehen hat, dass das hier ein bisschen später sein wird. Die Hokage-Wand beispielsweise, was wir jetzt in diesem Kapitel gesehen haben, war ja auch das erste Bild oder der erste Frame sozusagen von der Vision, die wir einige Kapitel zuvor gesehen haben. Ich sage natürlich genauso wie letzten Monat, absolute Death-Flags für Shikamaru und Sasuke, 100%. Konohamaru weiß ich nicht mal, warum er mitgekommen ist. Das Einzige, was der macht, ist dumm aussehen und Boruto hochheben, so gefühlt. Also von mir aus kann Kawaki den wirklich killen, wäre nicht mal ein großartiger Verlust an der Stelle. Aber natürlich, klar, Sasuke, Shikamaru, definitive Todesflag über ihren Köpfen, 100%. Sarada ist hier jetzt mit involviert. Shikadai, also Team 10, wird auch mit involviert werden aufgrund der Vision. Die sind alle vor Ort, also von daher macht es schon Sinn. Wenn man Sasuke tötet, kann Sarada ihr Mange Kyo bekommen in Verbindung damit, dass Boruto sich für sie geopfert hat. Im Sinne mit dem Auge halt eben. Und Shikadai kann auch übelsten Hasskrieg kriegen, weil Shikamaru vielleicht sterben könnte. Also, da hat man auf jeden Fall einiges, womit man arbeiten kann. Einen Mitski-Tot würde ich gar nicht fühlen, aber er könnte auch irgendwie verletzt werden oder sowas. Dann wird es natürlich interessant werden, ob Ada und Damon sich einmischen werden oder nicht. Bei Ada habe ich den Eindruck, dass sie nur zugucken wird und schauen wird, wie sich das alles so entwickelt. Und dann wird sie sowieso auf der Seite von Kawaki sein. Bei Daimon habe ich so zwei Richtungen, sag ich mal. Zum einen kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach je nach Lust und Laune sich einfach auf irgendeine Seite schlägt, weil er einfach mit den Stärksten mithalten möchte. Oder er fühlt das ja sowieso an, aber er will halt einfach mit dabei sein, wenn es in die Kämpfe geht, so mäßig. Also den Eindruck hat er bisher gemacht. Oder er wird sich tatsächlich auf die Seite von Himawari stellen, weil er Interesse an ihr hat. Jetzt nicht so Love-mäßig, so Pairing-mäßig, sondern einfach wegen den Kräften, dass er nicht möchte, dass diese Kraft irgendwie verloren geht oder so ein Kram. Da könnte ich mir auf jeden Fall einiges vorstellen. Also Daimon wird interessant werden. Natürlich ist er der krasseste aktuell in diesen ganzen Verhältnissen von den aktiven Charakteren, sag ich mal. Shiba ist ja nicht aktiv. Von daher ist er der krasseste. Da wird es sehr interessant sein, ob er sich zurückhält, ob er aktiv im Geschehen mit dabei ist, auf wessen Seite er steht, ob er auf der gleichen Seite steht, wie seine Schwester und Kawaki. Weil das sollte klar sein, dass Ada mit Kawaki gemeinsame Sachen machen wird. Das sollte klar sein, die ist in den Verliebt, die hat keinen Grund gegen Kawaki zu handeln. Und dann wird es natürlich nochmal richtig, richtig krass werden, wenn Code jetzt die Situation nutzen würde und mit der Yubi-Armee reinkommt. Weil jetzt ist totales Chaos. Jetzt sind alle am Durchdrehen wegen Kawaki, weil die den suchen, weil alle gegen ihn handeln. Wenn Code jetzt auf random reinkommt mit seiner Yubi-Armee, dann ist es totaler Krieg in Konoha. Das würde ich übernice finden, wenn das die nächsten Chapter passieren würde. Normalerweise gehe ich nicht davon aus, dass Code jetzt hier jahrelang wartet, wir Timeskip in fünf Kapiteln bekommen und Code wird erst nach dem Timeskip relevant. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Ada ist ja aktuell im Dorf und es macht ja keinen Unterschied, ob er jetzt angreift oder später, weil sie weiß das ja ohnehin, wann er angreifen wird. Weil sie ja im Dorf ist und auf der Seite von Konoha sozusagen, aktuell zumindest. Von daher macht es keinen Unterschied, dementsprechend kann er auch jetzt kommen. Und ich denke nicht, dass er da vier Jahre wartet, außer er macht vier Jahre lang diesen Prozess, dass er die Yubi-Armee quasi vorbereitet und immer weitere Klone davon herstellt. Das wäre krass, wenn er das jetzt vier Jahre lang macht oder so. Aber das glaube ich nicht. Ich denke, Code wird mit seiner Armee definitiv die nächsten Chapter erscheinen. Aus der Vision vor einigen Kapiteln mit der Zukunft und so weiter können wir ja entnehmen, dass die Erwachsenen da gar nicht zur Stelle sind. Das heißt, Sarada, Mitsuki, Team 10, die werden ja wahrscheinlich die nächsten Kapitel Kawaki irgendwie lokalisieren oder ausmachen können, dem hinterherrennen. Mitsuki geht in Sage-Mode, rastet gegen Kawaki aus und Kawaki verletzt irgendwen. Das wird wahrscheinlich die nächsten Kapitel passieren. Die Erwachsenen waren in der Vision nicht zu sehen, deswegen denke ich nicht, dass die mit dabei sein werden, wenn es Richtung Kawaki, die nächsten Kapitel, geht. Deswegen denke ich, dass die Erwachsenen mit jemand anderem beschäftigt sein werden. Und das wird dann vermutlich Code sein, vermutlich Purushiki sein. Da kann man jetzt mutmaßen. Wie gesagt, zeitlich muss hier eine kleine Spanne kommen, weil das hier in der Vision am Abend passiert. Und das, was wir hier in dem jetzigen Kapitel gesehen haben, nicht am Abend passiert. Von daher, ja, bin ich sehr gespannt, wie die nächsten Chapter aussehen werden. Das kann eine absolute Katastrophe werden, im positiven Sinne. Also absolutes Chaos einfach, dass, wenn Code reinkommt, einfach überhaupt keine Übersicht mehr vorhanden ist, mäßig. Das wäre absolut geisteskrank. Und ich freue mich einfach wie wild drauf. Vielleicht haben sich einige den Moment mit der Narbe von Boruto anders vorgestellt. Ich muss aber sagen, mir gefällt das ganz gut. Wir haben am Anfang der Serie eigentlich schon angeteast bekommen, dass Boruto für Sarada kämpfen wird. Sarada will Hokage werden und da muss man sich irgendwann mit anfreunden oder nicht. Dann schau halt die Serie nicht, wenn dir das nicht gefällt, so mäßig. Boruto wird halt mehr so der Schatten-Hokage sein, wie Sasuke es für Naruto ist. Und dementsprechend hat er sie hier auch beschützt, wie er es ihr damals versprochen und zugesagt hatte. Was ich auf jeden Fall cool finde. Da haben wir also nochmal die Connection hierzu. Und wir haben endlich die Narbe. Wir haben endlich die Narbe, was ebenfalls wieder ein Indikator dafür ist, dass wir bald Timeskip kriegen werden. Nach dem Arc 100%. Momoshiki teast hier einiges an. Letztes Mal waren es Naruto und Hinata. Jetzt ist es das Auge. Was wird Boruto als nächstes verlieren? Damit wäre es das von meiner Seite aus zu dem Kapitel gewesen. Lasst mir gerne eure Meinung zum Chap da unten in den Kommentaren da. Und natürlich wie immer einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo auf dem Kanal nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und... Ciao! 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 !